Ich möchte was teilen. Menschen, die an Depressionen leiden, die leben oft in einer verkehrten Welt. Viele haben mit Schuldgefühlen zu kämpfen. Ich kenne das selber. Ich habe von Kind an immer Probleme mit Angst und Depressionen gehabt und immer waren Schuldgefühle mit dabei. Und je stärker die Depression war, desto stärker waren Schuldgefühle mit im Spiel. Und wenn jetzt jemand kommt und uns erzählt, dass uns die Schuld von Gott trennt, dann kann das in die Irre führen. Denn oftmals haben Menschen in Depressionen verkehrte Schuldgefühle. Oftmals sind Menschen, die Depressionen haben, die an Depressionen leiden, Menschen, die an Verletzungen leiden. Menschen, die von anderen Menschen gebrochen worden sind. Menschen, die von anderen Menschen verletzt worden sind. Menschen, die wahnsinnig schwere Lasten mit sich tragen, die ihnen Schuldgefühle geben. Hohe Anforderungen von anderen, hohe Anforderungen von sich selbst. Bestimmt gibt es viele Gründe, warum Menschen depressiv werden können. Aber gerade in unserer Leistungsgesellschaft und in einer Gesellschaft, die so sehr auf Äußerlichkeiten abzielt, sind das heutzutage wesentliche Punkte, warum Menschen in Depressionen kommen. Weil sie zu hohe Lasten auf sich tragen und das Schuld verursacht, was sie noch alles leisten müssen, bis sie endlich zufrieden sein dürfen. Weil Menschen sie gebrochen haben, sie verletzt haben, weil ihnen andere Menschen gezeigt haben, wie minderwertig was sie sind. Und diese Schuld, die gilt es nicht zu vergeben, weil das ist Blödsinn. Jeder Mensch, der verletzt oder gebrochen worden ist und jeder Mensch, der einen inneren Schmerz mit sich herumträgt, hat aber auch ein anderes Problem. Denn aus der Verletzung heraus fangen wir wieder an, andere Menschen zu verletzen, zu verurteilen, über andere Menschen zu urteilen, sie zu hassen. Und so sammelt sie im Verlauf der Zeit einfach viel mehr an, was wir anderen Menschen antun. Auch wenn es bloß klein, 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 klein Zeug ist. Denn ein klein Vieh macht auch Mist. Oder wie sagt man da? Also was da im Laufe der Zeit zusammenkommt, das ist ein riesiger Schuldberg. Den sehen depressive Menschen aber nicht. Weil depressive Menschen sind durch den Schmerz, den sie in sich tragen, so sehr fokussiert auf die Schuld, die ihnen von anderen auferlegt worden ist, dass sie niemals sehen, was sie anderen Menschen angetan haben. Und genau da greift das Evangelium an. Schuld kann man sich vorstellen wie ein Stab, den man in ein Rad mit Speichen steckt. Das Rad wird nicht mehr laufen. Oder wie etwas, was in ein Zahnradgetriebe reinkommt, sodass das ganze Getriebe zum Stehen kommt. Es herrscht totaler Stillstand. Da herrscht Tod und nichts geht mehr voran. Totale Blockade. Es gibt keine krassere Blockade als Schuld. Um von dem Ganzen frei zu werden, brauchen wir Vergebung. Und wir brauchen nicht Vergebung für die Schuldgefühle, die wir in der Depression empfinden. Wir brauchen Vergebung für die Schuld, die wir nicht in der Lage sind zu sehen. Für das, wo wir andere Menschen verletzt haben, verurteilt haben, gerichtet, gehasst haben. Dafür brauchen wir Vergebung. Und erst wenn wir Vergebung bekommen haben, und die können wir nur von Gott bekommen, denn wir können uns nicht selber vergeben. Erst wenn wir Vergebung von Gott bekommen haben, und die Vergebung gibt es bloß durch Jesus Christus. Der hat in seinem Kreuzestod unsere Schuld mit in den Tod genommen. Wenn wir das glauben und im Herzen annehmen, können wir frei werden von dieser Schuld. Frei werden von dem, was wir einfach im anderen Menschenleben so verbrochen haben. Und dann geht es einen Schritt weiter. Dann können wir mir auch diesen Leuten vergeben, die uns gebrochen haben, die uns verletzt haben, die uns zu viel aufgeladen haben. Wir können selber die Last loswerden, unsere eigenen hohen Erwartungen. Und dann ist es wie, wenn man Stab aus diesem Rad zieht. Oder wie wenn das Zahnradgetriebe plötzlich wieder zum Laufen anfängt. Dann kommt wieder Leben rein. Und Jesus hat seinen Jüngern, seinen Schülern ein Gleichnis mitgegeben. Petrus hat ihn gefragt, hey, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? Und Jesus hat gesagt eigentlich immer. Und hat ihnen dazu ein Gleichnis mitgegeben, das teile ich unten auch noch. Und nochmal kurz zusammengefasst, in der Schuld, die wir oft in Depressionen fühlen, ist nicht die Schuld gemeint, für die wir Vergebung brauchen. Das ist die Schuld, die wir anderen Leuten vergeben müssen. Um anderen Leuten vergeben zu können, brauchen wir aber erstmal selber Vergebung. Und wenn das passiert ist, und Vergebung kann man nur dann kriegen, wenn wir wirklich Jesus als König im Leben angenommen haben, dann kann Vergebung reinkommen und dann können wir Vergebung weitergeben. Das Ganze ist wirklich was sehr tiefes, weil Verletzungen sind tief. Und das Ganze ist so schwierig, dass Menschen das oft über Lebzeit nicht schaffen, gewissen Leuten zu vergeben. Aber im Glauben können wir überwinden. Und nichts geht tiefer als die Liebe Gottes. Und die macht es einfach möglich, dass wir Vergebung bekommen. Und dass wir anderen vergeben. Und dass wir dann auch in einen Lebensstil reinkommen, wo wir einfach nicht mehr Menschen persönlich verurteilen, wo wir nicht mehr Menschen hassen persönlich. Und auf diese Art und Weise frei bleiben können. Auf diese Art und Weise lieben können. Und auf diese Art und Weise in der Liebe Gottes bleiben können. Und auf diese Art und Weise in der Liebe Gottes bleiben können. Und auf diese Art und Weise in der Liebe Gottes